ist raus, ist hit! Das ist Meppen, da waren wir aktuell und haben das neu entstehende Airsoft Gelände getestet. Das sind leider nur wenige Aufnahmen mit meiner GoPro, da ich nicht nur eine SD Karte verloren habe auf dem Gelände, sondern auch weil das Gelände sehr dunkel ist. Doch für einen kleinen Eindruck reicht es hoffentlich. Wie gesagt, das sind nicht die besten Aufnahmen, die Aufnahmen sollen nur dazu dienen, einen kleinen Eindruck zu haben, sich einmal das Gelände so ein bisschen näher zu betrachten. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen ein bisschen was drauf erkennen. Wie ihr seht, gibt es auf dem Gelände sehr viele Treppen. Und wie ihr auch noch sehen könnt, ist, dass meine Runcam auf einmal nur noch durchleuchtet. Ich habe leider keine Ahnung, warum das so ist, also wenn ihr wisst, warum die Runcam nicht aufgenommen habt und permanent rot blinkt, schreibt es mir mal am besten in die Kommentare. Danke euch. Danke euch. Hört es schon. Spitfire, genau, geradeaus, wo ich kann. Da wo der Treppen rauf. Da wo der Treppen rauf. Da wo der Treppen rauf. Ja, warte. Okay. Okay. Ah, HIT! 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 Ja. 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 Ja man, dafür haben wir die Aufnahme